Hilfe wär gut! Was zum Teufel ist hier passiert? Er hat ihnen schön zugesetzt, aber es sind noch einige. Ich lade nach, verdammt! Achtung! 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 Viel besser! Bein zehn Stücke! Los, los! Kann mir jemand helfen? Ausgezeichnet! Das sind fast alle! Oh, yeah! Oh, yeah! Scheiße! Ein Stücke! So! So! Sieh! Bom, kommt zu mir. Die Kapsel ist sicher und offen. Gut gemacht! Leute, ich muss… Du blutest ein wenig, Aber du wirst überleben. Irgendein komisches Set für einen Horrorfilm? Du hast das Geld verdient. Jetzt gib es aus. Hachig! Setz geortet. Ich muss die Kapsel gleich schließen. Viel besser. Beeilung, die Setz kommen näher. Klar doch. Die Pause ist vorbei. Zurück an die Arbeit. Mehr Setz kommen. Was zum Teufel ist hier passiert? Ich muss sie überprüfen. Ich muss sie überprüfen. Hörst du das noch vor? Hilfe! 13 Stücke! Ein guter Start. Aber es sind noch viele Sets übrig. Was ist? Was ist das? Meine Hau! Gundam Style! Meine Hau! Nein, Hilfe! Scheiße! Guck! Set down! Ah, super! Musica, tui! Beghe die Munition aus! Uh oh! Dieser Schwan ist fast erledigt. Gute Achseite. Wir können die Händlerkapsel bald wieder öffnen. Wie? 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 Woa! Im da! Snake's aneer! Reisein stücke! Perfekt! Die Kapsel ist wieder offen. Rüsten wir euch aus. Ich brauch Hilfe, Leute! Das schlimmste Nasenbluten überhaupt! Bonjour! Hol dir das Handwerkszeug für deinen Job. Mehr Sets im Anmarsch! Packt eure Sachen zusammen! Die Zeit ist fast um. Witt! Hier habt Setsse! Die Zeit ist um. Geht und tötet mehr Sets. Vorsicht! Wir müssen uns überprüfen! Steh nicht wieder auf, Reed! Einten Stücke! Reinst du das noch froh? Router Start! Jetzt beendet den Auftrag! Allee! Verdumme! Ich muss nachsagen! Ich muss überprüfen! Entschuldigung! Ein paar Treffer mehr, da ist es geschafft! Ich lade nach, verdammt! Etwas ist verhöhnt! Ausgezeichnet! Das sind fast alle! Das war der Nächste! Geh zur angezeigten Kapsel für mehr Ausrüstung! Du weißt, wie man da draußen überlebt! Du weißt, wie man da draußen überlebt! Ein guter Instinkt! Du hast das Geld verdient! Jetzt gib es aus! Was zum Teufel ist hier passiert? Setz geortet! Ich muss die Kapsel gleich schließen! Kann mir jemand helfen? Ich schließe die Kapsel gleich! Mehr Sets geortet! Zurück in den Kampf, Mesami! Hier ist etwas! Das ist ein Schwer zu machen! Hier ist etwas! Das ist ein Schwer zu machen! Ich ziehe die Kapsel! Viel besser! Viel besser! Weiß nicht, wir sind weg! Wer tut! Ihr habt ihnen schön zugesetzt, aber es sind noch einige pruebe. Die müssen wir nicht wieder aufregen! Was macht ihr denn? Oh Gott! Oh, ja! Es ist überall! Wollt ihr das noch hoch? Nee, nicht wieder aufstehen! Kann ich schießen, oder was? Die Scheiße! Nimm sie! Flashbound! Oh, der ist jetzt wieder aufstehen! Weiter tun! Wenn ihr fertig seid, kann ich die Händlerkapsel wieder öffnen. Viel besser! Ist das irgendein komisches Set für einen Horrorfilm? Wollt ihr in Stücke! Holt die Ortschützer! Ja, siehne! Aufwand! Meine Frau hat auf! Ich kann nicht hören! Ich kann nicht hören! Oh, Klingeln! Ah, ich bin coming down! Ich bin tief! Schrein' den Trang! Meine Verdammten! Einziehen Stücke! Los, los! Perfekt! Die Kapsel ist wieder offen! Rüsten wir euch aus! Ein Flash Pound! Wird nicht mehr zurückkommen! Dank dir! Hier! Bonjour! Hol dir das Handwerkszeug für deinen Job! Bitte schön! Wie geht die Munition aus? Beeilung! Die Sets kommen näher! Die Pause ist vorbei! Zurück an die Arbeit! Mehr Sets kommen! Mein Magazin leert sich! Hol die Ohren, Schützer! Sirene! Lass mich nicht einmal töten! Ein guter Start, aber es sind noch viele Sets übrig! Nichts! Viel besser! Nichts! Achtung! Bzwakt! Achtung! Achtung! Äh! Achtung! Achtung! Eine Du Denst aus! Das ist ausgezeichnet. Das sind fast alle. Ich lade nach, verdammt! Oh oh! Ja! Ich will mich wieder auf, Rick! Hörst du das noch so? Oh Gott! Es freut mich, dass ihr es geschafft habt. Geht zur Kapsel und rüstet euch aus. Du bist unversehrt. Das ist großartig. Weiter so. Etwas Höhlenforschung. Okay. Öffne das Handelsmenü und verbessere deine Ausrüstung. Die Zeit ist fast um. Die Zeit ist um. Geht und tötet mehr Zets. Aufpassen! Lass uns dich erneut töten. Blut! Dashbound! Ja! Kann ich schießen oder was? ZT hat ihnen schön zugesetzt. Aber es sind noch einige. Heilige Scheiße! Dreh aus! Keinsecurity Stücke! Dreinendemstücke! Steh nicht wieder auf, Rick! Lass dich bitte raus, Chris. Brems! Ich knall sie ab. Achtung! Ich geh nicht wieder auf, Freak! Wenn ihr nicht die letzten Sets... ...dann kann ich die Händerkapsel für euch öffnen. Ich kann sie neu töten. Bum-Bum-Zeit! Oh, ja! Freizeit! Reicht die Stücke! Oh, kommt zu mir. Die Kapsel ist sicher und offen. Gut gemacht. Der Flashpound wusste nicht, wie ihm geschieht. Sehr gut gemacht. Das sind lustige Erinnerungen. Mehr Sets im Anmarsch. Packt eure Sachen zusammen. Letzte Chance. Ich muss die Kapsel zumachen. Mehr Sets geortet. Zurück in den Kampf, Misami. Das schlimmste Nasenbluten überhaupt. Ja! Das ist der Wunsch. Ne, nicht wieder auf, Krieg! Unter Start. Jetzt beendet den Auftrag. Allee! Er ist fast erledigt. Erzählt ihr das? Das... Ne, ist etwas. Das ist schwer zu sagen. Lass mich nicht erraten. Ich muss das! Ich muss das machen! Ja! Ja! Verlässt das Feuer! Verlässt das Feuer! Verlässt das Feuer! Verlässt das Feuer! یا! Geht! Ja! Das ist einer Ahnung! Verlässt das Feuer! Zum Glück! Tut! Na! Ja! Was ist das? Was ist das? Was ist hier passiert? Was ist das? Ich sehe es. Etwa zu. Super. Das müssen ich erneuten. Kann ich schießen oder was? Dieser Schwab ist fast englisch. Was ist das? Wie viel zufrieden ist das abzureich, Kerl? Wow! Verdammt! Ja! Wollt ihr das von vor? Was ist das? Ein verrückter Schlachter? Ich muss ihn überprüfen! Oh, ja! Verdammtes Grey! Leider hinschlipp jetzt! Ja! Gundam-Style! Niemals! Ja! Achtung! Scrape! Ich bin's! Ja! Ich bin's! Ich bin's! Ich bin's! Du weißt, wie man da draußen überlebt. Ein guter Instinkt. Hier ist Munition. Schön, dass du wieder zurück bist. Blute nicht alles voll. Ist das irgendein komisches Set für einen Horrorfilm? Die Zeit ist fast um. Wie? Die Zeit ist um. Geht und tötet mehr Sets. Klar doch. Was? Was? Ihr stört mich? Ich werde euch Schmerzen zufügen. Ich kann nicht töten, was ich nicht sehen kann. Hey! Der schießt auf mich! Ich bin getragen! Wer ist dein Großteil? Ich bin getragen! Hör mit an! Hör mit an! Stell dich mir! Super! Hör mit an! 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 Droh! Phase. Jetzt könnt ihr Schweine euch auf eure Angriffe vorbereiten. Wo ist der? Reit für den Tod. Akzeptiert etwas Sprengstoff. Das ist echt fein gesagt. Reit für den Tod. Hat gerade Munition gefunden. Viel besser. Genug. Ich kriege mein Dachdachschmerzen. Hier ist etwas mehr. Seh nicht wieder auf, Krieg. Ich brauche nur einen gesunden Schmerz. Das ist nicht der Neustadt. Ihr wollt, dass ich schweres Geschütz aufhabe. Noch einmal. Hier ist Munition. Let's up! Groß, akzeptiere deinen Tod. Heilig hier! Spiel langweilig. Zeit für die nächste Phase. Ablaufen. Oh, aber... Wir schwimmen im Geld. Wir schwimmen im Geld. Gelddusche! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR